Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Star Wars Battlefront. Wir spielen den Multiplayer mit dem Drachenburschen. Natürlich auch mit dem N16. Kommt auch mal vor ab und zu, dass wir hier zusammen spielen. Letztes Mal haben wir Fracht gespielt. Dieses Mal werden wir uns in die Abwurfzone begeben. Natürlich erst wenn wir Spieler gefunden haben. Aber das ist schon geschehen, geht hier mal ganz schnell. Ich kann es nicht annehmen. Kannst du nicht? Du bist schon bei mir mit dabei. Hat bloß ewig gedauert. Hab schon gedacht, der N16 ist hier nicht an Bord. Im Java Refugium auf dem Planeten stürzen Versorgungskapseln ab, die die Rebellen und Imperialen Truppen bergen müssen. Wer die meisten Kapseln erbeutet, gewinnt. So, das mal kurz zusammenzufassen. Wissen wir schon mal um was es geht. Jetzt müssen wir es nur noch hinbekommen. Ah, bei mir lädt's. Ja, bei mir lädt's auch noch. Aber ich denke es ist bald soweit, dass wir hier rein starten können. Schönes Bild aber. Das Bild ist auf jeden Fall schön. Wobei die Maps ja allgemein auch ziemlich schön sind, muss man sagen. Ja. Auch wenn es nicht so viele sind, aber... Also es lädt schon sehr lang, du. Ja... Schon. Hey! Wir sind auf Endor. Ja, wir sind auf Endor. Okay, gut. Ja, gut. Das wird grad zu Ende. Da steht auch 23 Sekunden geht's erst los. Das andere Spiel war grad zu Ende. Deswegen wird es so lange gedauert. Okay. Wir mussten wahrscheinlich laden. Einmal, dass wir ins Spiel reinkommen und dann nochmal laden, dass wir den anderen Planeten laden. Ja. Und wir sind auf Endor. Ich überleg grad die andere Rakete wieder... Ah, wieder die Granaten zu nehmen. Ah, ich weiß es nicht. Das ist... Schwere Entscheidung, aber das Ding ist schon echt witzig. Überlegungen eines Drachen. Ja, die kommen sogar auch Upgrade, äh, Upgrade in diese Sachen. Könnte mal der Tonale kommen auch Upgrade. Hm, so viele schöne Sachen. Naja, Geld aber nicht mehr viel, dann sowohl wir rein starten. So. Sumpfabsturzstelle. Ja. Oh, direkt vor mir. Easy. Direkt vor dir? Ja. Easy. Direkt vor dir runtergekommen. Direkt vor dir runtergekommen. Direkt vor mir. Das heißt, die anderen müssen uns jetzt gerade angreifen. Oder ne, die kriegen da auch ihre eigenen Kapseln? Nö, nö, die müssen uns. Genauso wie in der Beta. Okay. Die müssen die Kapsel holen. Okay. Und wir müssen sie verteidigen. Ah, okay. Und das wechselt dann immer mal wieder, oder? Nö, wer zuerst bei der Kapsel ist, der kann sie claimen. Ah, dem gehört sie. Okay, ah, okay, verstehe. Und wenn die anderen sie claimen, dann müssen wir sie wieder claimen. Okay, verstehe. Das ist so ein Hin und Her Spiel. Katz und Maus. Das wirst du gleich erleben, weil die jetzt schon wieder dran sind. Noch steht verteidigen dran. Wenn sie es gleich eingenommen haben, steht angreifen dran. Okay. Oder sie schaffen es nicht. Das ist natürlich auch eine Option. Das ist eine gute Option. Ey, sie schaffen es nicht. Nein! Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich komme zu dir. Kapsel. Schön. Nein, der erste Pott erobert. Ah. So. Power-Ups. Au. Grüß da hin. Au, au, au. Ich habe nur noch sieben Lebensenergie. So, da hinten ist jetzt die andere Kapsel. Die haben wir auch schon wieder eingenommen. Ah, wir sind ein gutes Team hier. So, ich guck mal von hier oben. Ist das richtig schön, gell? Kann man richtig schön die Gegner ärgern, wenn man sie sieht. Ja. Ich habe eine richtig schöne intelligente Rakete. Ich auch. Ich warte hier auch schon gerade. Oh, da kommt jemand. Und der jemand ist nicht mehr. Ich hab schon sagen, der gehört dir. Die nächsten, die mich dann. Ah, der ist schon tot. Die kommen über die. Gar nicht so blöd. Jawoll. Ach, der andere. Ach, der andere. Ja, der andere war es wahrscheinlich nicht. Da, von rechts. Ah, von rechts. Ich hab's gemerkt. Von rechts. Von hinter rechts uns. Dings. Kirchen. Kirchen? Was? Dingenskirchen. Ah. Ah. Und Pod 2 ist eingenommen von 5. Ah, ich hab auch gerade noch einer erschossen. Mit mehr Mühe, mehr, mehr Not. Mehr Not als Verstand. Mehr Glück als Verstand heißt das. Ah. Ich bin schon wieder beim D-Nex. Direkt beim nächsten Pod. Oh, das ist schön. Und Pod eingenommen. Ich hätte bei dir starten sollen. Das ist immer eine Idee wert, bei mir zu starten. Ah. Eine gute Idee, oder? Schatz, was ich hier. Wenn ich einen Punkt finde. Nein, ich bin nicht soängig. Hihihi. 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 Sie momentan aber auch keine Gegner. Wir sind da im Gang. Wir sind da im Gang. Wir sind da im Gang. Oh, das ist schön. Wir werden aber bald versuchen von anderen Seiten zu kommen. Wie zum Beispiel von da. Aua, aua, aua. Bis am Leben? Ja, 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 ich wurde nur angeschaut. Aber jetzt bin ich gleich nicht mehr am Leben. Jetzt bin ich dort. Ungünstig. War nicht so gut. Ungünstig. Hätte wieder bei dir starten sollen. Aber ich glaube, den Pott haben wir auch. Jep. Auch der gehört uns. Das ist schön. Ja, läuft bei uns. Wir stehen anscheinend immer gut. Aber wenn wir gut stehen, dann läuft es doch nicht bei uns. Ja, das ist auch wieder wahr. Ah, Power-Up, gerade so eingenommen. Jawohl, endlich mal mit der Rakete einerwischt. Oh, ich habe einen Fluiden. Oh, die anderen haben den Skate-Pot eingenommen. Ah, verdammt. So, jetzt muss er den übernehmen. 2 zu 4, oh Gott, oh Gott, nee, nicht gut. Ja, ich bin auf dem Weg. Das ist relativ schnell eingenommen, die Dinger, oder? Ja, ja. Dafür kann man sie auch relativ schnell wieder übernehmen. Ah, okay. Als Gegner. So, man muss halt nur... rankommen, rechtzeitig. Nein, 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 nein. Ich war zu fünf Sechsteln fertig. Hat nicht gereicht. Ja, obvious. Sonst wäre es ja wieder unsere Kapsel. Das ist richtig, ja. Ach, verdammt, diese blöden Shot. Ja, das ist kein Shot. Nein, die haben wir nicht mehr. Das ist auch so nervig. Die haben wir verloren. Ja, man kann ja nicht immer gewinnen. So, wo kommt die nächste runter? Na ja, komm her. Ich komme wieder aus der Entdeckung. Okay, ich habe sie nicht gesehen. Da hinten. Ich glaube, die Gegner haben den auch gleich wieder. Das ist nicht gut. Aber das macht spannend. Spannend ist ja doch gut. Nee, ich werde gewinnen. Spannend. Spannende Spiele. Einzig was zählt. Sturmtroponationen, das höre ich aber nicht so gern. Ich würde sie nur gerne auch sehen, die Sturmtropen nicht nur. Wissen, dass sie da sind. Da ist einer. Aber das ist... Ich habe eine intelligente Rakete getötet. Bist du beim Pott? Oh ja. Ja. Also fast. Ja, ich will gerade noch gut. Ah, diese blöden... Er regt mich auf mit seinen Nahkampfangriffen. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Die stehen da gut. Das ist schade. Außer... Außer der andere würde sich jetzt mal dran trauen und es drücken. Aber macht er natürlich nicht. Weil wer spielt denn schon den Objective? Ah, das gibt es nicht. Der war sogar markiert, lieber Drachenbräsche. Ja, ich weiß auch... Wie hat er mich so schnell gekillt? Wenn er ein richtiger Headshot sofort gewesen sein, weil er mich instabilisiert hat. Alter, wo ist denn der Pott schon wieder? Ganz woanders. 100 Meter weg, dann laufen wir erstmal eine Weile. Ich laufe, ich glaube aber mein Gegner ist direkt daneben. Ja. Schauen wir mal, wer schneller läuft. Aber ich übernehme ihn. Okay, klar. Ich übernehme ihn einfach. Kenne ich nichts. Keine Erbarmen hat da der Len. Nö. Nicht weglaufen, nicht weglaufen. Nein, 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 nein. Jawoll, Rang 12 erreicht. Erzfeind habe ich meinen Erzfeind habe ich erwischt. Das ist schön. Das ist ein gutes Gefühl. Jetzt hörst du mich auf. Oh, mein Gott. Ich dachte mir, du wirst mich mit Granaten. Hi. Hi. Ich finde es gut, dass sie alle hier so schön runterkommen. Die kommen alle hier schon. Nein, nein. Es ist nur wieder, das gibt es nicht. Einer nach den anderen kommt es so schön runtergechillt. Kann sich nichts machen. Das war gerade eben auch schon wieder so. Hey, ihr Obert. 4 zu 2. 5 müssen wir haben. Wow. Ja. 5 ist die magische Zahl, die wir haben wollen. Oh, 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 oh. Auf dem Weg. Bang. Merkmal Stufe 3. Ganz einfach. Ah, diese. Die haben. Die reden. Jumppacks. Nein. So gemein. So was von gemein, diese Jumppacks. Nee, dürfen wir echt nicht zulassen, das ist doof. Sehe ich einen. Der andere nimmt ihn fast ein. Ja, fast. Wenn ich ihn halt. Wir sind drei von uns. Nein, er hat mich gekillt. Ah. Ah. So, wir müssen den jetzt bis zu unserem Tod verteidigen. Das ist wichtig. Nein. Das ist meistens nicht sehr lange. Wenn es gerade eben läuft. Hab ihn. Oh, da ist noch einer drin. Ja, ich merke. Und oben ist einer geflogen natürlich wieder. Also gegen Sprungpacks, da bin ich machtlos. Die überspringen mich immer einfach. Da, 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 da. Nein, wir müssen doch diesen Pot einnehmen. Kann doch nicht sein, dass ich alle Potts einnehme. Ich hab Paul. Das geht halt nicht anders. Haha, Paul Potts witzig. Nein. Da hab ich auch so ewig witzig. Das darf doch nicht wahr sein. Die typen, die regen mich langsam echt auf. Mich regt mein Team auf. Ausgenommen von dir. Ich bin nämlich der Film auf dem Weg dahin. Trouble. So, den Potts werden wir wahrscheinlich auch nicht direkt einnehmen. Irgendwas hat er gepiept. Ich bin auf dem Weg dahin. Ah, okay, wir haben ihn eingenommen. Sehr gut. Endlich mal jemand anders als ich. Ja. Damit Len nicht immer die ganze Arbeit machen muss. Ich versteck mich mal in den Büschen. Ich bin ja Rebell. Ja, ich bin auch so halb versteckt. Man sieht mich nicht. Ich bin ein Pfarrer. Meine Vorfahren haben das auch schon so gemacht. Papa, Papa. So, wir müssen das einfach nur verteidigen. Einen hab ich. Kopfschuss. Wir müssen das einfach nur verteidigen. Kommt da alle da unten raus. Und da ist auch noch einer her. Da wird nicht, der wollte irgendwas machen. Irgendwas Gemeines. Ich gehe hier nicht mehr aktiv in den Kampf rein. Ich verteidige nur. Ich mach den Langweiler. In der Luft. Ich hab ihn in der Luft erwischt. Verdammt. Ich mach den Langweiler, aber das gewinnt uns. Das Spiel. Ist egal. Auch wenn es keiner eigentlich geschafft hat. Also nicht das Spiel gewinnt, ist egal. Sondern das Langweiler ist egal. Woo. Schön. 24 Sekunden Verschluss. Das hätten wir eh gewonnen, auch wenn wir die nicht mehr bekommen hätten. Nee, wenn die anderen die Kapsel eingenommen hätten, wäre es einfach weitergegangen. Achso, wäre es weitergegangen? Ja. In den 20 Sekunden. Ah, 9 zu 12. Leider nicht so ganz schön, aber. Ah, schade. Was soll man machen? Was soll man machen? Ah, schön. Das magst du, gell? Schön, ja. Da sieht man mal, wer wirklich hier sich für das Team eingesetzt hat, ne? Du bist der Beste, Len. Und ich bin Rang 12. Ja, ich weiß, das spricht nicht dafür, dass ich der Beste bin. Ich hab gar nichts gesagt. Ja. Ich hab gar nichts gesagt. Deine Gedanken kann ich lesen, Len, manchmal. Pff. Auf Salus geht's weiter. Ja, da können wir sogar Dropzone schon. Ach, stimmt. Ja. Ach, stimmt. Jetzt kommt die Erinnerung. Ja. Und ich kauf mir den Körperschild. Der hier doch so wichtig ist. Jetzt hab ich zwei gleiche Hände. Körperschild. Ah, ich weiß nicht. Die andere Granaten. Ich glaube, ich nehme wieder beide Granaten. Bei dem anderen. Ja, beim anderen lassen ich mich immer so zu verleiten. Immer nur mit der Waffe rumzulaufen. Wenn mir da einer im Nahkampf kommt, dann habe ich immer keine Chance. Deswegen ist es vielleicht besser mal etwas abzuwechseln. So. Ich hole mir den Pot. Ich mach das normal. und ich mache noch ein doppelkill hinterher warum nicht warum nicht ich habe den spitzen spieler ausgeschaltet aber das bin doch ich es geht doch gar nicht von unten der flieger gesehen genau schön liebe ja doch der sprengstoff ist besser das ist eindeutig besser die granate die gleich explodierende kontaktgranate kontaktgranate schön die mag ich meine freundin die kontaktgranate noch jemand ich sehe dich aber auch von hinten verdammt hinter dir so was gemein ist da haben sie alle ihre packs ja hast du auch bald hast du auch wir stehen unter feuer wir stehen unter schweren beschuss ich bin ich auch mit zufrieden ja ich würde schon wieder von hinten angeschossen nicht sehr nett nicht wenn wir den halt da oben gibt es ja noch vor uns mit blasterkanone nicht so meint die blasterkanone da ist man immer nicht in deckung kelles ist 69 also plus 69 punkte wenn man gebrauchen da war keine mehr irgendwie flacke das bild mir hier bei mir in der karte manchmal so ganz kurz schwarz und ganz kurz musste deine kontakte überprüfen ja wenn man mein kontaktbuch gehen das buch genau das war das was ich gemeint habe dafür mir passt reda fliegen viele rum ja man braucht von menschen da auch tote rum gegner die gegner in der art besseres geschützt bekommen nehmen wir das schon ein nehmen wir das nein noch nicht aber klar ist einer perfekt herr krein spielt endlich auch mit er ist weg der ehrge und nie mehr morkels vor sie ein paar über die explosion ja ich glaube wir sollen wir sagen man läuft wieder ganz gut aber den lauf sie überhaupt kein gegner auch nicht aber er hat mich die spanische fliege hat mich getötet da kommt da schon wieder ein ah diese blöden leute die immer fliegen der ist hinter den bergen bei den sieben zwergen yes okay kapsel mal eingenommen definitiv ja jetzt auch gar nicht mehr probiert so kommen skate gott hier ein skateboard hier dann wartet sage ich doch dann weiß wo der nächste lande also ich weiß wo manche landen das war glück dass er genau hier gelandet ist diesmal wow guter land guter land danke von triegeschütz hat nicht so viel gebracht nein ich bin tot ich glänze in dieser runde gerade nicht so sehr ja ich auch nicht hier zwei zu vier wieder katastrophe katastrophe ist das nicht unglaublich schlecht zwei dann habe ich keine glanate geworfen man will immer was machen macht man es doch nicht wo das voll schlau wäre und so aber man tut es dann einfach nein 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 von hinten nein geckung aber ich probiere mal eine neue waffe und zwar das t21 wee was er dir gehört habe Oh, komm hier, komm hier runter. Ah, okay, ein bisschen. Das ist weiter vorne. Rebel Alliance. Verdammt. Und wir haben es angenommen. Ich glaube, der killt mich die ganze Zeit. Blöden Dead Tech, Leute. Wir sind zum Verzweifeln mit denen, dass das. Nein. Das wird eine sehr kurze Runde, habe ich so das Gefühl. Ja. Eine sehr erfolgreiche Runde. Na, wenigstens mal einer. Nicht gut. Okay, das schießt nicht automatisch. Interrater, das ist nicht unser Roboter. Und die Gegner haben die Kapsel reingenommen. Ja, ich arbeite gerade daran, sie wieder zurückzubekommen. Ich mache schon. Oh, hier war das schon dran. Okay. Mein Körperschild war ein bisschen verschwendet. Oh, der ist dran, der ist dran. Der ist nicht mehr dran. Von rechts. Dieser Nexus-Spanisch-Fly, ey, Spanish-Fly. Ich schwöre es dir, die ganze Zeit, die ganze Zeit killt er mich durchgehen. Der ist ja auch Spieler. Oh Gott, die Gegner haben noch drei Spieler. What the fuck? Der hat mich bestimmt schon zehnmal gekillt. Also mal abgesehen davon, dass ich zehnmal gestorben bin, aber wenn das so, wenn ich zehnmal gestorben wäre, wäre er es mindestens alle mal gewesen. Nein, wir schaffen es nicht mehr hin. Nicht schon wieder von hinten. Mensch. Genau, genau. Habt ihr gesehen? Genau in dem Moment ist er von jemand anderem erschossen worden. Aber er hat es gerade noch geschafft, mich zu erwischen. So klar. Genau auf der anderen Seite der Map gespawnt. Schade, schade. Er wischte immer den gleichen, aber nicht den, den ich erwischen will. Nicht diese blöde Fliege. Einen Abflug machen. Lauf, mein lieber Imperialer, lauf. Die Soße bin ich auch gerade eben schon wieder reingetappt. In die Soßenfalle. Immer noch keiner geclamed? Ne. Aber jetzt wird von Herr Crimes. Außer Herr Crimes stirbt. Wie schaut's aus für Herr Crimes? Ist ihm eher nach Sterben oder eher nicht? Nein! Ah, ich bin tot. Also er hat es nicht eingenommen. Er hat aufgegeben, sozusagen. Okay. Oder er hat es eingenommen. Er hat es eingenommen. Okay, das habe ich nicht mitbekommen. Er hat es eingenommen. Habe ich gerade mal. Ja, ich habe glaube ich gerade die Fliege erwischt. Ich habe jetzt echt geschafft, die Fliege zu erwischen. Ein grandiosester Tag. Halb voll. Halb voll der Pot. Ist auch schön, wie alle hier immer in Deckung gehen und so. So, ich habe eine perfekte Sicht auf den Pot. Jungs, ihr verliert, wenn er jetzt nicht alle kommt. Ja, wir haben gewonnen. Ich sage, wir haben gewonnen. Die Chance stehen gut, glaube ich. Ja. Ich habe einen perfekten Blick auf den Pot. Jeder versucht den einen. Oh, die sterben noch mal. So. Die haben ihn eingenommen. Wahnsinn. Echt? Ja, und ich habe den Körper Klaus angemacht. Den Körper Klaus? Ja, ein Körperschild. Ja, weil ich den Schild dumm angemacht habe. Nö, deswegen Klaus. Er war verschwendet. Naja, geht Schlimmeres. Boom, Headshot. Ah, jetzt haben wir den Pot aber. Jetzt sehe ich keine Möglichkeit mehr, wie ich den einnehme. Was habe ich denn? Sieg. Das war schön. Ein schönes Spielchen. Das Imperium hat gewonnen. Wow, schwer. Wie viele? Sechs Maps sind es, oder? Ja. Okay. Da haben wir uns noch was vor uns hier. Ich habe die meisten Kapseln verteidigt. Wow, herrlich. Spanish Fly, du. Die schon sehe, da kriege ich schon die Wut. Verdammt, der ist ja beim nächsten Spiel wieder mit dabei, oder? Ja. Nein, kann man nicht fest. Nein, wir bleiben dabei. Ich stelle mich meinem Feind. Bam, bam, bam. Mein Erzfeind. Voll dein Erzfeind. Alter, wo hier Sachen runterkommen. Mit dem baue ich immer zusammen ab in der Mine. Warte auf Spiele, wir sind nicht genug Spieler. Wir sind gerade mal sechs Spieler. Wegen Erz und so. Äh, ja, ja, ja. Oh, er ist raus. Sechs, er ist raus. Jawoll. War ich ihm zugute, er hat Angst bekommen. Aha. Aha. Nach meinem grandiosen Spiel gerade eben. Ich bin ein Einzelner. Ich bin ein Schiff. Ich bin ein Schiff. Vielen Dank.